Hi Leute, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, allen Elektronik Fans und Video Fans auf Youtube und stelle euch jetzt mal die wohl finale Version vom DDS Center vor. Ich bin jetzt auf 6,3 MHz, es gespeichert, hier 6,3, ich kann hier die Frequenz um 10 MHz erhöhen, hier die um 1 MHz mit dem zweiten Taster, hier um 100 KHz, hier um 10 KHz und hier um 1 KHz, so, mache ich mal 1,2,3, so, ok, 300 KHz, Asti sagt auch 300 KHz, erhöhe ich um 1 MHz, 1,3, 1,3 erhöhe ich wieder um 1, 2,3, wieder um 1, 3,3, 4,3, immer noch schöne Sinus, dann 5,3, 6,3, 7,3, 8,3, ich kann auch mal um 100 KHz erhöhen, 8,4 oder um 10 KHz, 1,2,3, hier, 8,4,1,3, 8,4,1,3, ich kann auch mal um 10 MHz erhöhen, 16,41, 20, 28, ich gehe mal wieder auf 28,4, sollte ich etwas größer drehen, 28,4, 38,4, 38,39, 48,4, ok, das kann das Rost jetzt nicht mehr ganz, aber wieder auf 8,4, der Pegel senkt bei höheren Frequenzen, ist normal, dann werde ich das Ganze mal, ach ja, ich kann eine Frequenz einspeichern, zum Beispiel 2,4, da bleibe ich einfach auf die Taste drauf, bis Save It steht, also auf die 1er Taste, jetzt bin ich bei 4,0,1, gehe mal auf 4,0 und draufbleiben Save It, wenn ich den Strom ausschalte, wieder einschalte, bin ich wieder auf 2,4,0, ich kann die Frequenz verstellen oder so, schalte ich aus, schalte ich wieder ein, bin ich wieder auf 2,4 MHz, ok, dann bin ich jetzt mal auf 6,3, 6,300 und das hier auch auf 6,3 und empfange das, super, Modulation eingespeist, ich kann jetzt auf 6,4 gehen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 3, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 10 MHz, auf 10 MHz ist das bei Spiegel, 10,3, so, mal schauen, ob 10,3 haben wir nicht mehr da, dann gehen wir mal genau auf 10, genau auf 10, so, 10 MHz jetzt ist es 3, müssen auf 3 und wir sind schon auf 10, die Reichweite ist auch ordentlich davon und die Modulationsqualität auch, der ist mindestens so laut wie die anderen Sender auch, dann können wir hier nochmal, also in ZF, ja, weil das Radio echt weit die Filter hat auch, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 14,1, also, 1,2,3,4, 14,1, 14,1 ist bei 5, das stimmt nicht ganz, jetzt sind wir auf 14,1, die sind gleich daneben, ok, geht da auch super, das geht in der ganzen Wohnung habe ich gemerkt, wenn ich da nur ein Stück dran habe, auf niedrigen Frequenzen sollte die Antenne länger sein, ok, gehen wir mal auf 22,3, 22,3, 20, 22,3, ups, 3, also es geht echt schnell das Einstellen was ich nicht vertippt, 22,3 ist 8, also auch 8, da ist es, 22,3 stimmt sogar, oder? und da ist es 23,3, der Radio stimmt nicht ganz, ja, Qualität ist Epic Qualität, weil nichts die Bandbreite begrenzt, außer vielleicht das Filter im Radio, 22,3 geht damit genau, auch, ok, dann gehen wir jetzt mal runter bei den Tiefensequenzen, ok, 1,2,3,4, 0 geht bis 49,999 MHz, 0,0, irgendwie mal auf 100 KHz, 100 KHz, ganz tief, Punkt 1, 100 KHz, haben wir den Sender immer noch, aber das sollte man eine sehr lange Sender Antenne verwenden, dass es dann gut geht, um ins Radio zu senden reicht es noch, 100 KHz, einmal 140 KHz, also, 4, 140 KHz, ok, 140 KHz funktioniert auch, wir können auch auf 1 MHz gehen, 1,1,40, 1,1,4, Mittelwelle, geht auch, oder gehen wir auf 560, 560 geht auch, auf Mittelwelle geht das Ding dann natürlich weiter als auf Langwelle und auf Kurzwelle noch weiter, das liegt daran, weil die Wellen kürzer sind, obwohl der auf Kurzwelle sogar weniger Pegel macht, die Qualität ist gut, auf Mittelwelle 65, auf Mittelwelle 65, auf Mittelwelle 65, auf Mittelwelle 65, dann gehen wir jetzt mal hoch, auf 40 MHz, 40, geht auch, nach 40 geht es dann wirklich weit, dann geht es wirklich sehr weit, die höhere die Frequenz ist, aber auf 40 MHz kann eh kein Radio mehr, aber gute Qualität, ja, da gehe ich mal nochmal auf 10 MHz, 10, schlägt bei 40 leider auch rein, ist aber hier ziemlich schnell weg, Oberwellen hat er aber nicht sehr viele, 10 MHz auch gut, dann können wir das noch mal probieren auf 10, da muss ich auf 3, der Hochton ist extrem da, aber die hat Breite gefiltert, die hat Breite gefiltert, nehme ich mal ein Radio, das keine Breite gefilter hat, wenn es ist, da auf 6.070, mal mit dem Nordmandy auf Kurzwelle, das ist doffer, weil die Filter da vom Nordmandy, die sind schmäler, die Zentraleinstellung auf Kurzwelle, weil die so einen großen Kurzwellebereich hat, aber dann funktioniert auch, lassen wir das wieder, Kurzwelle auf Nordmandy, mal auf der 6.070, frohe Weihnachten euch allen. Da kann man die Frequenz hier auch noch genau einstellen, wir speichern die Frequenz, speichern, ok, 5 Kilohertz daneben, ok, 5 Kilohertz daneben, dann kann man die Richtung, da kann man das SSB-Signal mit der Koppenfrequenz AirDogs Filter durch, die Begrenzung auf 4,5 Kilohertz merkt man, wenn ich genau auf der Frequenz bin, genau auf der Frequenz wie das dumpfer. Schönes Sender-Line, BTS Sender-Sendung. Hier nur Verkoppelung, hier alle Bauten. Ja. 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 Ja.